Aber vegan nicht. Vegan lebe ich nicht. Ja, vegan ist für mich nicht die Option, die die Ziele erreicht politisch. Nicht? Das würden aber viele Linke anders sehen, glaube ich. Bogenkonsum, Cannabis, kommt ja vielleicht auch bald. Haben sie das mal gemacht? Und ich war auch mal jung und so. Ich glaube, wenn es Nein gewesen wäre, hätten sie jetzt wahrscheinlich Nein gesagt. Und haben alles andere schön paraphrasiert. Und damit willkommen zurück zu Teil 2 des Interviews zusammen mit dem Co-Vorsitzenden der Linken, Martin Schiedewan. In Teil 1 ging es ja schon vor allem um die interne Situation der Linken, also Sarah Wagenknecht und Co. Jetzt in Teil 2 wollen wir uns aber auch mal mit linker Doppelmoral beschäftigen und noch vielen weiteren Themen. Also seid gespannt und jetzt viel Spaß euch. Warum lebt er als Linker nicht vegan? Ich habe mal vegetarisch gelebt, im Moment tatsächlich nicht. Da tun sie aber auch wenig fürs Klima. Nö, wieso tue ich wenig fürs Klima? Ich habe ja nicht mal ein Auto oder so. Ich fahre hier in Berlin immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Ich laufe viel. Ich versuche klimafreundlich zu leben. Ich spare Energie. Also, nee, ich mache schon viel fürs Klima. Und ich versuche vor allem eine Politik umzusetzen, die fürs Klima gut ist. Aber vegan nicht? Vegan lebe ich nicht. Andere Menschen in meinem Umfeld leben vegan. Aber ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch vegan leben muss, sondern dass wir generell zu einem Wechsel im, ich sage mal, in unserem Verhältnis zu Natur und auch Tier gelangen müssen. Und das sich natürlich auch auf die Ernährung widerspiegelt. Also weniger Fleisch essen oder weit reduzieren an der Stelle. Das halte ich für richtig. Raus aus dieser fürchterlichen Massentierhaltung und so weiter und so fort, halte ich alles für richtig. Aber vegan leben sie trotzdem nicht. Ja, vegan ist für mich nicht die Option, die die Ziele erreicht politisch. Nicht? Das würden aber viele Linke anders sehen, glaube ich. Haben sie das schon mal gesagt in einer großen Parteisitzung oder so mit den Basismitgliedern? Dass ich kein vegan mich ernährender Mensch bin, ja, ich glaube, das ist okay. Und Gendern tun sie auch nicht? Ich habe, glaube ich, jetzt während unseres Interviews öfter mal… Aber das Binnen-I habe ich nicht oft gehört. Aber doch schon. Aber doch schon. Und ich achte da auf eine sehr inklusive Sprache, weil, wie hat Martin Heidegger mal gesagt, Sprache ist das Haus unseres Seins. Und ich finde, dass wir in der Sprache allen auch ein Zuhause bieten sollten. Und von daher bin ich da sehr, sehr offen und befürworte sehr an eine inklusive Sprache. Was macht Linke eigentlich noch so aus, typischerweise? Ich weiß es nicht. Drogenkonsum, Cannabis kommt ja vielleicht auch bald. Haben Sie das mal gemacht? Wissen Sie, da müsste ich nochmal zurück in meine Jugend blicken. Und nein, würde ich wahrscheinlich nicht wie Obama antworten. Und an der Stelle gezogen, aber nicht inhaliert. Aber das ist unter meinem Stresslevel, mich entspannt sowas nicht. Im aktuellen Stresslevel. Von daher, ich bin sehr für die Legalisierung von Cannabis. Und ich bin da wirklich für eine Entkriminalisierung auch der Userinnen und User. Und ich war auch mal jung. Ich glaube, wenn es Nein gewesen wäre, hätten Sie jetzt wahrscheinlich Nein gesagt. Und haben alles andere schön paraphrasiert. Was sagen Sie, was sagt er zu Lützerath, die wir jetzt ja gerade erlebt haben oder nach wie vor erleben? Die Räumung und die Herangehensweise und die schlussendliche Entscheidung der Politik. Vor allem der Grünen. Ja, ich glaube, dass Lützerath relativ deutlich gemacht hat, dass der moralische Heiligenschein der Grünen nicht so fest sitzt sozusagen auf ihrem Kopf, wie sie das gern hätten. Und für mich ist das, wenn ich das interpretiere, vor allem ein Bruch zwischen der Klimabewegung auf der einen Seite, also denjenigen, die sich wirklich aktiv für Klimaschutz einsetzen, und denjenigen, die diese Klimabewegung lange für ihren parlamentarischen Arm gehalten hat. Und ich glaube, die Debatten, die in den Medien, die online, die aber auch natürlich in den Familien stattgefunden haben, die machen das ja sehr, sehr deutlich sozusagen, dass dieser Bruch existiert. Die Entscheidung, Lützerath abzubangern, da geht es ja nicht um diese sieben Häuser oder so, sondern da geht es darum, dass im Grunde genommen und im wahrsten Sinne des Wortes ein schmutziger Deal mit RWE, mit einem Konzern, der während der Energiekrise massive Übergewinne erzielt hat, Milliardenübergewinne erzielt hat, der daran beteiligt war, den Hambacher Forst mit zu roden und so weiter und so fort, dass dem jetzt ein riesen Kohleflöz, was unter diesem Ort liegt, noch zum Abbaggern zur Verfügung gestellt wird. Und der Deal dann heißt, naja gut, ihr müsst da nicht bis 2038 raus, sondern bis 2030, aber ihr könnt trotzdem das gleiche Zeug verpulvern in die Luftblasen und CO2-Emissionen produzieren. Und alle Daten zeigen, dass damit Deutschland nicht mehr in der Lage sein wird, das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Das ist die eigentliche politische Frage und deswegen ist dieser Bruch, der geht so tief zwischen Klimabewegung und CO2. Ja, ich höre sie und ich höre auch die Argumente der Menschen, die genau das gleiche vertragen. Ich versuche jetzt mal genau die Gegenposition einzunehmen, denn ich frage mich in der Situation immer, ist es immer noch besser, theoretisch das, was die Grünen gemacht haben, als nichts zu machen. Sie leben ja nicht oder wir leben ja nicht in der Utopie, in der alles passt, sondern wir leben in der Utopie, in welcher die CDU vor allem und andere Parteien, auch SPD, auch mitbestimmt haben, was dort passiert und davor mitbestimmt haben, was passiert. Und man kann ja nicht so tun, als wäre man das nicht und als Grüne dann sagen, naja, da machen wir lieber gar nichts, als ein bisschen was zu machen. Es gibt jetzt übrigens einen schönen Vortrag von Maiti Nuenki im MyLab, ihr kennt sie ja auf jeden Fall alle, die genau zu dieser Doppelmoralgeschichte, wobei man jetzt streiten kann, ob eine Moral da herrscht oder nicht, dass es immer noch besser ist, überhaupt irgendwas zu tun, als gar nichts zu tun. Also ich würde sagen, die Grünen haben mehr gemacht, mehr rausgeholt, als wie wenn sie gar nichts gemacht hätten, weil du wärst wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Na, da stimme ich ja absolut mit Ihnen überein. Natürlich muss man etwas tun, aber die Frage ist doch letztendlich, was man tut. Und wenn es keine notwendige wirtschaftliche Begründung und wenn es allen Klimazielen widerspricht, also eine notwendige wirtschaftliche Begründung gibt und allen Klimazielen widerspricht, das zu tun, was da getan wird, dann kann man auch einfach sagen, dass diese Entscheidung falsch ist. Aber man kann auch andere Dinge tun. Man kann zum Beispiel, wenn man in den Positionen ist, einer schwarz-grünen Landesregierung in NRW oder im Wirtschaftsministerium einen grünen Minister auf Bundesebene sitzen hat, die Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Windkraft beschleunigen, von sieben Jahren meinetwegen auf ein halbes. Man kann die ganzen Photovoltaikanlagen, die nicht ans Netz angeschlossen sind, ans Netz anschließen. Man kann massiv über Investitionen in die Energiewende nicht nur reden, sondern tatsächlich auch tun. Man kann dann einfach für Energiesicherheit sorgen, indem man den Pfad komplett auf Erneuerbare umlegt. Und das sind doch die Zeichen, die wir jetzt eigentlich in dieser Zeit brauchen. Und Lützerath ist ein Symbol und ist auch ein Fanal, ehrlich gesagt, dafür, dass einfach an der Macht bestimmte Entscheidungen bei den Grünen, und das kennen wir ja, die waren ja schon an der Regierung, da haben sie ähnliche Entscheidungen gefällt. Und die sind mir jetzt ehrlich gesagt auch als Partei an der Stelle total egal, aber die haben dann einfach Entscheidungen getroffen, die offensichtlich nicht mit ihrer Programmatik und mit dem, was sie erzählen in der Öffentlichkeit und wie sie sich darstellen, übereinstimmen. Das ist deren Konflikt und den müssen die aushalten. Ja, das wäre auch der Abschluss für unsere Diskussion, aber ich finde das einen spannenden Punkt, weil alle reden über diese Doppelmoral der Grünen und über die Partei und das, was sie sagen und dann tun oder eben nicht tun, während das, was sie aber tun, immer noch besser ist, als wie wenn sie nicht Teil der Regierung wären. Wenn es beispielsweise schwarz-grün oder schwarz-rot wäre, als wie wenn sie denen das Feld überlassen würden. Eigentlich das Einzige, worüber wir reden, ist nur die Diskrepanz von dem, was sie sagen und was sie tun, während das, was sie tun, immer noch besser ist, als wie wenn es nicht da wäre. Ich finde, das ist eine philosophische Frage, aber ich finde, das ist diese eine, das ist so eine Debatte, die wir führen, nicht wir beide, sondern so generell, die finde ich eigentlich, die natürlich wichtig ist, aber auch irgendwie ein bisschen am Kern vorbeigeht an der ganzen Thematik. Und eigentlich die Schuldfrage, Markus Söder hat nämlich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, gestern oder vorgestern auf Twitter gepostet, sie würden nicht, die CSU, nicht mit den Grünen koalieren, weil die Grünen ja nicht das tun, was sie sagen. Wo ich mir auch denke, naja, CSU, also das macht, findet den Fehler. Ja, aber das ist so eine Debatte, die völlig am Punkt vorbeigeht und die Schuld bei, ja, auch bei einer Parteisucht, die sicherlich auch Fehler gemacht hat, aber eigentlich nicht die Schuld bei den Richtigen versucht zu finden. Es ist ein… Linke Doppelmoral überschrift. Nein, ist es nicht, weil es ist in der Vergangenheit sicherlich ein gesamtgesellschaftliches Versäumnis nicht genug gegen den Klimawandel getan zu haben. Aber jetzt so zu tun, als sei der Spatz in der Hand besser sozusagen als wirklich radikaler Klimaschutz, das halte ich auch für fatal, weil damit werden die Klimaschutzziele nicht erreicht. Man kann ja sagen, okay, da gibt es eine Partei, die versucht, bestimmte Räume auszuloten, aber das wird doch den Ansprüchen an Gesellschaft, an Klimaschutz und vor allem an die zukünftigen Lebensgrundlagen unserer Welt nicht gerecht. Von daher braucht es eine radikale Antwort darauf und sich dann sozusagen in, und ich sage es nochmal, schmutzige Deals mit einem Konzern einzulassen, der wirklich ein Track Record hat an schmutzigen Deals und falscher Politik. Ich verstehe sie. Das halte ich für fatal. Ich höre sie und ich versuche nur die Gegenposition einzugeben, for the sake of the argument. Ich verstehe sie und höre sie, aber das ist ja nicht die Realität. Die Realität ist ja, dass diese Unternehmen existieren. Und man auf eine gewisse Art und Weise mit denen umgehen muss. Und wenn man sich gar nicht darauf einlässt, dann hat man wiederum gar nichts. Und leider hat die Linke, um jetzt mal wieder auf die Linke zu kommen, weil wir sehr viel über die Grünen sprechen, ja überhaupt gar keine Position zündlich im Bund, da irgendwas auszurichten, mal abgesehen von der Oppositionsarbeit. Ja, aber unsere Forderungen können auch den Weg in die richtige Richtung weisen, wie zum Beispiel bei der Linderung der sozialen Not angesichts der gestiegenen Energiepreise oder auch der Nahrungsmittelpreise. Und gleiches machen wir ja auch mit dem Energiemarkt. Wir sagen, dass natürlich die Konzentration in Oligopolenstrukturen, also vier große Konzerne kontrollieren den gesamten Energiemarkt in Deutschland. Und das heißt, dass die natürlich Entscheidungen auch in fossile Infrastrukturen, in fossile Energie, sozusagen Erwirtschaftung, Produktion treffen. Das muss doch geändert werden. Und das heißt, wir brauchen Energie unter öffentlicher Kontrolle. Wir sind die einzige Partei, die das sagt. Weil wenn die Öffentlichkeit darüber entschiede zum Beispiel, dass nicht RWE mit Konzerninteressen, dass die Profitinteressen entsprechen, Entscheidungen trifft, sondern zum Beispiel die Menschen, die in Nordrhein-Westfalen leben und darüber nachdenken, wie ihre Orte erhalten bleiben können und wie zukünftig für Klimaschutz gesorgt werden kann, dann sehen die Entscheidungen komplett unterschiedlich aus. Und das ist doch sozusagen tatsächlich der Punkt, über den wir nachdenken müssen. Das sind nur wir. Das ist nur die Linke. Die sagt, wir brauchen eine andere Struktur auf dem Energiemarkt. Energie gehört in öffentliche Hand. Das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Und das heißt, für uns sind solche Deals mit RWE natürlich ausgeschlossen an dieser Stelle, weil wir gar nicht möchten, dass es solche großen Oligopolen-Energieunternehmen gibt überhaupt. Ja, mal schauen, was auf der Lobbyliste dann doch steht bei Ihnen, wenn es dann auf der Webseite landet. RWE bestimmt nicht und alle Treffen werden veröffentlicht. Eine Frage, die auch noch gestellt wurde, tatsächlich, haben Sie vor oder wenn es nach Ihren Wünschen ginge, alle Energiekonzerne eigentlich zu enteignen oder zu verstaatlichen? Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich öffentliche Daseinsvorsorge und öffentliche Hand brauchen. Das betrifft den Energiesektor. Das ist ein strategischer Sektor. Energiesicherheit gehört für mich öffentlich kontrolliert. Und der Einfluss, den RWE und andere große Energieunternehmen haben auf politische Entscheidungen, den halte ich für fatal. Beispiel Lützerath. Und von daher denke ich, dass Energieversorgung öffentlich tatsächlich organisiert sein muss, ja. Ukraine und Waffenlieferungen. Verstehe ich das richtig, dass Sie grundlegend gegen Waffenlieferungen sind eigentlich von Deutschland in die Ukraine? Das ist tatsächlich unsere Position als Partei. Und wir denken darüber nach, wie dieser Krieg beendet werden kann. Und wir denken darüber nach, welche Form von Solidarität es mit der Ukraine gibt, auch jenseits von Waffenlieferungen. Das sind Sie ja durchaus anderer Positionen dann auch als Bodo Ramelow, der Thüringer Ministerpräsident. Und ich paraphrasiere jetzt ein wenig, aber ich hatte ein wenig das Gefühl, dass Sie ihn ein wenig zurechtweisen oder zumindest deutlich machen, dass das nicht die Position der Linken ist. Ein bisschen wie bei Sarah Wagenknecht eigentlich. Also Bodo Ramelow und ich, und wir haben uns ausgetauscht, als er sich öffentlich geäußert hat, auch am selben Tag noch sehr intensiv, sucht genau, wie ich politisch nach Wegen, wie dieser Krieg beendet werden kann. Und er kommt zu einer anderen Schlussfolgerung und die respektiere ich. Und er kennzeichnet diese Schlussfolgerung auch als seine eigene Position und nicht als Parteiposition. Und wir führen diese Debatte in der Partei sehr offen, wie Solidarität aussehen kann, wie der wahrscheinlichste und erfolgreichste Weg zum Frieden gestaltet sein muss. Und wenn man sich ansieht, welche fürchterliche Situation sich dort abzeichnet, gerade in der Ukraine mit diesem Abnutzungskrieg, der natürlich seine Ursache hat in dieser völkerrechtswidrigen Intervention und diesem Angriffskrieg Russlands, das ist doch ganz klar. Aber wenn man sich ansieht, wie da viele tausende Menschen sterben, dann halte ich die Verkürzung auf die Frage der Debatte um immer weitere Waffenlieferungen. Und das ist ja genau der Diskurs, der in Deutschland stattfindet, wirklich für falsch. Ich wünschte mir, dass zum Beispiel in Davos irgendeiner der dort verantwortlichen Politikerinnen und Politiker oder meinetwegen auch Repräsentanten von Wirtschaftsunternehmen, ist mir ja egal, wer es sagt, aber einmal das Wort Diplomatie in den Mund genommen hätte. Das wäre toll gewesen. Ist aber nicht passiert. Alexander hat dazu eine gute Anschlussfrage, wie ich finde. Wenn sie gegen Waffenlieferungen sind, wie bringen sie dann Russland an den Verhandlungstisch? Ich habe das auch schon versucht, auch Janine Wissler irgendwie ein bisschen herauszubringen, wie sie sich die NATO in Zukunft vorstellt. Und ihr habt auch vielleicht zu Recht kritisiert, dass ich fünfmal zu oft nachgefragt habe, weil wir uns dann irgendwie in so einem Utopie-Bild befunden haben am Ende des Tages, was nett klingt, aber nicht an die Realität angepasst werden kann. Also wie bekommen sie dann Russland an den Verhandlungstisch? Wie würden sie sich das denn vorstellen, dass das passiert? Naja, indem man einerseits den Druck auf Russland erhöht, also durchaus auch wirtschaftlich durch gezielte Sanktionen. Wobei, da haben sie aber auch dagegen gestimmt, noch letztes Jahr. Da waren sie ja noch gegen weitere Wirtschaftssanktionen. Nein, aber für gezielte Sanktionen bin ich immer eingetreten. Ich halte das wirklich absolut richtig, den Oligarchenapparat, also den Machtzirkel von Putin, zu treffen mit schweren Sanktionen und ich würde das sogar noch ausweiten. Das Problem ist ja, dass diese Sanktionen gar nicht richtig umgesetzt werden, also den Machtzirkel gar nicht erreichen. Wir wissen ja immer noch nicht, welcher russische Oligarch eine Villa am Starnberger See zum Beispiel hat oder welche russische Oligarchen ihre Yacht im Hamburger Hafen irgendwie zwischenparkt. So, von daher erreicht man das natürlich nicht und Deutschland hinkt da auch wirklich hinterher, weil die Transparenzvorschriften nicht funktionieren, was zum Beispiel die Bestimmung von Eigentum oder Eigentümerstrukturen hinter den einzelnen Besitztümern sozusagen überhaupt ermöglicht. Also wir brauchen da Transparenz, um überhaupt die gezielten Sanktionen wirklich umzusetzen und ich halte auch jede Sanktion, die den militärisch-industriellen Komplex schwächt, also zum Beispiel keine Waffenlieferung, keine irgendwelche Ersatzteile, keine Dual-Use-Güster und so weiter und so weiter, halte ich für absolut richtig und zutreffend, damit Russlands Angriffsfähigkeit eingeschränkt wird. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass wir meiner Ansicht nach versuchen müssen, über politische Konstellationen nachzudenken, die so druckvoll sein können, also politischen und diplomatischen Druck auszuüben, die Russland wirklich dazu bewegen, an den Verhandlungstisch zu kehren. Und wie sieht das ganz konkret diplomatisch aus? Also wie setzt man Sie unter Druck Ihrer Verständung nach? Ja, meiner Ansicht nach braucht es eine koordinierte europäische Initiative, also nicht nur die Debatte über Waffenlieferungen, sondern tatsächlich eine europäisch koordinierte Initiative, wo zum Beispiel Deutschland, Frankreich, die Europäische Kommission darüber nachdenken, wie ein Weg zum Frieden auf diplomatischen Wege erreichbar ist. Und mit diesem Vorschlag muss man gemeinsam mit China, weil China ist die Macht, die politisch noch Einfluss auf Putin hat, darüber nachdenken, ob das ein Weg ist. Und China muss entsprechend mit an Bord geholt werden und den Druck auf Russland auszuüben. Aber jetzt haben Sie ja eigentlich nur gesagt, wer da alles mit an Bord sein soll. Aber was soll denn da drinstehen? Wie bekommt man denn Russland dazu, Ihrer Meinung nach? Natürlich muss man Russland eine Perspektive aufzeigen, auch tatsächlich in dem Sinne, wie zum Beispiel ein Ende der Sanktionen aussehen kann. Weil natürlich die Sanktionen Russland massiv schaden. Und Putin weiß das auch, die russische Regierung weiß das auch. Und für uns ist sozusagen der Schritt, Russland stellt die Kampfhandlung ein, zieht seine Soldaten auf die Demarkationslinie vom 23. Februar zurück. Also sozusagen den Vorkriegszustand. Was aber auch schon keine schöne Zeit war. Also wenn wir uns nochmal zurückerinnern, diese Endweihnachtszeit 2021, Anfang 2022. Ich meine, da war ja die Gefahr schon da. Und viele, wir erinnern uns an tausende Treffen von Scholz mit Biden. Und es gab schon Diskussionen um Nord Stream 2. Und wenn wir uns dann in die Ukraine reinversetzen. Also ich persönlich finde ich jetzt auch nicht, dass das eine schöne Option ist. Nein, ist keine schöne Option. Also eigentlich auch keine akzeptable Situation. Naja, das war in dem Sinne eine akzeptable Situation vorher, weil man dort im Normandie-Format darüber verhandelt hat, weil es also Deutschland, Frankreich, Ukraine und Russland und sich ja auf solche Positionen verständigt hatte. Und gleichzeitig Friedensprozesse über die Minsk-Abkommen angestoßen hatte, die tatsächlich leider von beiden Seiten nicht umgesetzt worden sind. Von daher war das natürlich erstmal etwas, was man in der Hand hatte, um Frieden zu schaffen, dauerhaften. Und für mich ist die Idee, dass man dahin zurückkehrt, damit man wirklich an einem dauerhaften Frieden arbeiten kann. Und das Angebot sozusagen, was man, oder die Forderungen, die man aufstellen muss, ist Russland, zieh deine Truppen zurück. Hör auf mit diesem fürchterlichen Morden, mit diesem brutalen Krieg. Aber dafür gibt es sozusagen dann auch eine Erleichterung bei den Sanktionen. Die kann ja auch schrittweise erfolgen. Aber darüber muss man halt nachdenken. Der Westen entscheidet sich dafür, Sanktionen zu verhängen. Der Großteil der Welt marschiert da nicht mit. Also es sind rein westliche Sanktionen an der Stelle. Und wenn die verhängt werden, dann muss man natürlich, wenn man mit Russland reden will, auch eine Perspektive zum Ausklingen dieser Sanktionen deutlich machen. Aber es geht mir nicht um Russland. Es geht darum, dass dieser Krieg beendet wird. Und es geht mir darum, dass dieser Krieg beendet wird. Und zwar im Interesse der ukrainischen Bevölkerung. Ja, gut, aber das hinkert man Russland. Absolut. Und deswegen sage ich, man muss sozusagen den Druck diplomatisch erhöhen. Man muss dafür aber auch entsprechende Initiativen anstoßen. Die finden ja nicht statt. Und das heißt, man muss aber gleichzeitig eine Perspektive bei den Maßnahmen, die man ergreift, deutlich machen. Dass man die auch zurücknehmen kann. Was heißt denn Perspektive eigentlich? Was heißt das denn? Wenn ihr aufhört, dann wollen wir auch nicht, dass ihr euch bei einem Aufbau- und Fonds beispielsweise beteiligt. Oder was wäre das überhaupt? Ihr hört auf. Und perspektivisch werdet ihr wirtschaftlich keinen Schaden mehr sozusagen dadurch nehmen. Aber kann man das wirklich, ich meine, das hat man mit Deutschland damals auch nicht gemacht. Also man hat auch nicht damals gesagt, ja, wenn ihr aufhört, dann ist okay. Aber schön, dass ihr aufgehört habt. Das macht man doch auch nicht. Es geht jetzt sozusagen um Hitler-Deutsch. Ja, genau. Sorry, genau. Es ist klar, Kriegszeit. Ja, Kriegszeit. Natürlich, das ist sozusagen einer der Fälle in der Geschichte, wo ein Krieg tatsächlich letztendlich militärisch entschieden worden ist. Und ich bin tatsächlich allen Antifaschistinnen und Antifaschisten sehr dankbar, dass sie sozusagen diesen Weg gegangen sind. Das ist halt eine der großen Menschheitstragödien des 20. Jahrhunderts, wenn nicht die große Menschheitstragödie, dieser Zweite Weltkrieg, der ja tatsächlich auf mehreren Kontinenten sich abgespielt hat. Von daher, natürlich ist die militärische Niederlage Hitler-Deutschlands etwas, was auch nicht anders hätte zu erreichen sein können an dieser Stelle. Aber wir reden hier über das 21. Jahrhundert und wir reden über ein Russland unter Putin, das mir überhaupt nicht gefällt. Putin geht ganz klar den Weg in eine Diktatur. Wir reden über einen noch glücklicherweise regionalen Krieg, der zwischen zwei Ländern stattfindet. Und das muss auch so bleiben an dieser Stelle. Und vor allem muss aber dieser Krieg auch zwischen diesen beiden Ländern so schnell wie möglich beendet werden. Das heißt, man muss darüber nachdenken, tatsächlich wie Putin an den Verhandlungstisch gezwungen werden kann oder bewegt werden kann, an den Verhandlungstisch sich zu setzen. Weil wir sehen, alle Waffenlieferungen, die bislang erfolgt sind, sind sozusagen erfolgt in Reaktion auch auf eine weitere Eskalation des Konfliktes. Wir sind in einer gefährlichen Eskalationsspirale. Das wird auch deutlich darin auch, dass glücklicherweise auch gezögert wird, bestimmte Waffentypen zu liefern. Das heißt, man muss da abhängen. Sind Sie da zufrieden mit Scholz eigentlich? Also mit seiner zögerlichen Weise, einen Panzer beispielsweise nicht zu liefern? Oder noch nicht zu liefern? Ich glaube, dass deutsche Politik in der Verantwortung steht, alles dafür zu tun, diesen Konflikt dort, den Krieg dort zu beenden und gleichzeitig aber auch sicherzustellen, dass es eben nicht international eskaliert. Und von daher ist mir ein zögernder Bundeskanzler an dieser Stelle lieber, der das für und wieder abwägt, der nächsten Schritte, als jemand, der völlig kopflos schreit, immer mehr, immer weiter, immer schneller und Waffen, Waffen, Waffen. Not you möchte allerdings dazu noch wissen, kann man sich Demokrat nennen, wenn man Menschen bei ihrem Kampf für Demokratie nicht unterstützt? Wahrscheinlich mit nicht unterstützt, denke ich mal, meint er jetzt in dem Sinne mit Waffenlieferungen. Ja, natürlich kann man sich Demokrat nennen an dieser Stelle. Für mich ist doch die Frage der Solidarität und ich muss mich da wahrscheinlich wiederholen, aber die Frage der Solidarität mit der Ukraine überhaupt nicht in Abrede gestellt, nur weil jemand aus einer politischen oder moralischen Erwägung für sich entscheidet, keine Waffen zu liefern. Solidarität kann man doch zum Beispiel auch leisten, indem man humanitäre Hilfe leistet oder indem man darüber nachdenkt, wie man die Ukraine finanziell unterstützen kann oder wie man dabei hilft, die zivile Infrastruktur wieder ins Laufen zu bringen, damit die Menschen Strom und Wasser haben und so weiter und so fort. All das sind doch konkrete Maßnahmen der Solidarität und für all diese Schritte stehen wir doch ein. Aber dass wir in der Frage der Waffenlieferungen eine andere Position als Partei vertreten, und zwar eine, die wirklich resoniert, die viel Widerspruch, nicht Widerspruch, Entschuldigung, Zuspruch in der Bevölkerung finden. Die Bevölkerung ist komplett gespalten in dieser Frage. Tatsächlich junge Leute sind sogar weniger dafür, Waffen zu liefern. Wir haben jetzt erst Zahlen dazu raus. Sie waren ja Ende 2022 im EU-Parlament, als es darum ging, Russland als staatlichen Unterstützer von Terrorismus anzusehen. Seitens des EU-Parlaments haben sie ja dagegen gestimmt. Sie haben aber auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch dagegen gestimmt, und die Ukraine bei ihrem Beitrittsstatus sozusagen oder dass sie überhaupt in Erwägung gezogen werden, in die EU aufzunehmen, haben sie auch dagegen gestimmt. Gerade Letzteres hat mich ja dann doch sehr verwundert, weil Anfang 2022 sie ja oft auch schon gesagt haben, wir sind grundsätzlich dafür, dass die Ukraine Teil der EU ist. Wie passt das zusammen? Erst mal vielleicht zu diesem Terrorbegriff, weil das ist tatsächlich eine Kategorie, die es im europäischen Recht überhaupt gar nicht gibt, auch im internationalen Recht nicht. Das ist sowas wie, man will im Grunde genommen was droppen, was nicht funktioniert. Das gibt es bei den US-Amerikanern, im amerikanischen Recht gibt es das. Da gibt es eine Terrorliste. Da stehen dann so Länder wie Nordkorea und Syrien und so weiter drauf. Aber selbst die US-Regierung benennt Russland nicht als Staatssponsor von Terrorismus. Das machen die nicht. Und das hat politische Gründe. Und ich verstehe nicht, warum wir als Europäerinnen und Europäer dann anfangen mit Rechtsbegriffen, die bei uns überhaupt keine Basis, kein Fundament haben, arbeiten sollen. Da sage ich doch lieber, das sind Kriegsverbrechen und die müssen entsprechend auch nach internationalem Recht belangt werden. Und das ist die eine Frage. Und die andere Frage, ich kann das nochmal sagen, ich unterstütze durchaus die Beitrittsperspektive für die Ukraine. Weil ich glaube, dass man der Ukraine auch eine Perspektive jenseits zum Beispiel der militärischen Konfrontation oder der Mitgliedschaft in der NATO sozusagen aufzeigen muss, die es ihnen erlaubt, sich tatsächlich und vor allem nach diesem Krieg oder mit diesen fürchterlichen Erfahrungen dieses Krieges stärker, noch stärker der europäischen Familie zugehörig zu fühlen. Das befürworte ich. Das Problem ist, dass manchmal die Abstimmung sozusagen über Resolutionen alles, wo dann alles drinsteckt, so und wenn ich mich solidarisch mit der Ukraine in der Resolution erkläre, dann bei den Teilabstimmungen, bei den entsprechenden, aber am Ende dagegen stimme, dann hat das manchmal andere Ursachen, weil zum Beispiel dann wieder Waffenlieferungen mit der Frage des Beitrittsstaates verbunden werden oder weil einseitig eine militärische Logik darin vertreten wird. Dann sage ich, ich kann eine solche Resolution nicht mittragen, unterstütze aber die Beitrittsperspektive für die Ukraine. Ich frage mich gerade, wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit Putin an einem Telefonat zu sitzen, was würden Sie ihm denn sagen? Und wenn Sie natürlich auch die Macht hätten, irgendwas umzusetzen, was gerade nicht unbedingt der Fall ist. Ja, das Gedankenspiel sozusagen konnte ich schon vollziehen, mich dann in so eine Position der Macht natürlich logischerweise zu versetzen, um Druck auf ihn auszuüben. Aber ich würde ihm sagen, dass er seine Truppen zurückziehen muss, in diesen fürchterlichen Krieg einzustellen hat. Und dass man dann in dem Moment, wo er die Bereitschaft zeigt, diesen Krieg zu beenden, darüber reden kann, erstens, was ich schon gesagt habe, die Sanktionen zurückzufahren und damit sozusagen auch der russischen Wirtschaft natürlich an der Stelle wieder, ich sage mal, den Raum gibt zur Entwicklung. Das Ziel der Sanktionen ist ja offenkundig, die Wirtschaft da auch abzuschneiden oder abzuschnüren. Und zum Zweiten würde ich ihm sagen, pass auf, du hast deinem Volk und deiner Bevölkerung und deinem Land einen solchen Schaden zugefügt. Du musst darüber nachdenken, welche Rolle ihr überhaupt in der Zukunft spielen wollt im europäischen Gefüge. Wir haben immer darüber geredet und nachgedacht, wie eine Sicherheitsordnung unter Einbeziehung Russlands aussehen kann. Und das war auch sein Anliegen, glaube ich, lange Zeit, bevor er offensichtlich in diesen völlig nationalistischen, diktatorischen Kurs umgeschwenkt ist. Aber die Sache ist zwar schon, dass Russland natürlich nicht von der Landkarte verschwinden wird und auch politisch ein Faktor bleiben wird und auch militärisch ein Faktor bleiben wird. Man muss sagen, wir müssen darüber nachdenken, wir müssen darüber reden sozusagen, wie dann eine Sicherheits- und Friedensordnung aussehen kann. Und das ist eine Perspektive, über die man sehr, sehr gründlich nachdenken muss, ob Russland darin noch überhaupt eine Rolle spielen kann oder nicht. Und ich glaube, man muss ihm das deutlich machen. Wenn er sagt nein, dann haben sie ein Problem. Das war alle ein Problem. Im Moment sagt ja sowohl die russische Regierung als eben auch die ukrainische Regierung, dass für sie ein Verhandlungsfrieden ganz weit entfernt ist. Und das hat eben damit zu tun, dass beide Seiten ihren Vorteil immer noch auf dem Schlachtfeld suchen. Ich bin der Ansicht und ich sage das jetzt an dieser Stelle auch deutlich, dass dieser Krieg eben nicht auf dem Schlachtfeld entschieden werden wird. Wir sehen jetzt einen Abnutzungskrieg und wir werden auch, wenn das so weitergeht, in einem halben Jahr und in einem Jahr einen Abnutzungskrieg sehen. Und die Lieferung zum Beispiel von 100 Kampfpanzern mag vielleicht eine Schlacht entscheiden, aber sie wird diesen Krieg nicht entscheiden und sie wird ihn nicht beenden. Und da muss man einfach deutlich sein. Und von daher, natürlich muss man so ungern man mit Putin vielleicht umgehen möchte im Moment, mit der russischen Regierung reden und verhandeln. Es gibt gar keine Alternativen dazu, um diesen Krieg zu beenden. Und dann muss man eben über Dinge reden und über Perspektiven reden und auch darüber reden, wie man zum Beispiel einen wissenschaftlich-technologischen Austausch wiederherstellt, um überhaupt Aufrüstung einseitig zu vermeiden, um damit eben auch das Angriffspotenzial der anderen Seite zu reduzieren. Dann redet man über europäische Sicherheitsarchitektur. Dann redet man über dauerhafte Friedensprozesse in Europa. Wie gesagt, Russland wird geografisch nicht verschwinden, politisch und auch militärisch nicht. Und wir müssen das tun. Ja, Herr Schüttemann, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die Antworten auf die Fragen und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion dann auch. Gerne, ich auch. Vielen Dank. Abonniert übrigens gerne meinen Kanal, wenn ihr den mögt und hier findet ihr jetzt noch Teil 1. Also schaut da gerne rein und ansonsten, ja, danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.